Wir sagen ja auch so in anderen Bereichen, Philosophie, leidest du im Grunde genommen die Aussagen, die jemand oder leidest du von den Aussagen, die jemand trifft, etwas ab und schließt daraus. Und insofern ist es natürlich Käse, was der sagt. Also das ist eine Abwehr, weil er sich nicht damit auseinandersetzen muss und naja, also vielleicht ärgert er sich über mich und er ärgert sich über dich. Und er sagt es deshalb, um uns nicht ernst nehmen zu müssen.